Du kannst ja froh sein, dass du diesen Job hast. Warum stresst du denn jetzt so? Warum bist du denn nicht einfach glücklich? Finde ich auch immer ganz schwierig, sowas zu sagen, weil ich glaube, die Menschen werden schon irgendwo ihre Gründe haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Man kann auch Arzt sein und sehr gestresst sein, man kann Krankenschwester und sehr gestresst sein, man kann Erzieherin sein und depressiv sein. Ich finde, da gibt es kein Ja-Aber, sondern wir fühlen uns so, wie wir fühlen und da ist es wichtig, drüber zu sprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017